Ich bin der Christian Baumgartner, arbeite bei Liebke als Ausbildungsleiter in der Trainingsakademie. Ich stehe um 3.30 Uhr auf, gehe mit meinem Hund Gassi, trinke einen Kaffee auf dem Weg in die Arbeit und dann um 4.45 Uhr starte ich mit den neuen Mitarbeiter in den Tag. Dass wir im Liebheuerwerk Lierens Pionierarbeit leisten in der Ausbildungsakademie und dass wir das dann global auf die anderen Werke ausrollen können und zusätzlich noch die verschiedenen Charaktere im Ausbildungszentrum. Ich habe vor 25 Jahren beim Liebheuer angefangen als Betriebselektriker, habe da einige Stationen durchgemacht in der Produktion. Ich war einige Jahre als Group Reader tätig. Seit 2022 bin ich jetzt Ausbildungsleiter in der Trainingsakademie und habe im privaten Bereich einige Ausbildungen im Fitnessbereich gemacht. Ich war 2019 eine Eröffnung von meinem eigenen Personal Trainer Studio und 2022 die Trainingsakademie aufzubauen. Wie eben erwähnt bin ich Personal Trainer, mache Personal Training, trainiere selbst Crossfit und Obstacle Race und die restliche Zeit, was ich noch habe, verbringe mit meiner Freundin und meinem Hund. Die Ausbildungsakademie weiterzuentwickeln, global dann auszurollen auf die anderen Werke und das Know-how einfach weiterzugeben. Wie ja, habe ich gewinnen, wenn du kannst, verliere, wenn du musst, aber gib niemals auf.